Die Anhörung hätte fast volle zwei Jahre Zeit gehabt, dieses Gesetz auf die Reihe zu bekommen. Deswegen versteht man nicht, wieso sie sich so lange Zeit gelassen haben und dann zum Schluss in einem Hauruck-Verfahren ein Gesetz, das viele Schwachpunkte aufweist, einfach so durchzudrücken, wobei man im zuständigen Gesetzgebungsausschuss nicht einmal das Recht gibt, eine Anhörung zu machen, also dem Landtag als souverän hier seine Möglichkeit, auf ein Gesetz einzuwirken, beschneidet, weil man es einfach als Regierung, als Mehrheit einbringt und so wie es es durchdrückt. Das ist nicht das, was wir unter Aufwertung des Landtages uns erwarten. Und ich bin mit meinen Vorrednern durchaus einverstanden, ich denke, dass wir hier bald schon im nächsten Omnibus oder vielleicht im nächsten Haushaltsgesetz irgendwo zwischen den Seilen ein paar Verbesserungsartikel zu diesem Gesetz drinnen haben werden, weil es eben doch einige Schwachpunkte aufweist und die werden dann eben zutage treten, sobald es so weit ist, dass man die Förderung im Konkreten beschließen muss. Es fällt auch auf, dass in diesem Gesetz einige Themen, einige Argumente behandelt werden, die mit der Medienförderung im engeren Sinne eigentlich gar nichts zu tun haben. Nicht nur, wie Kollege Böder erwähnt hat, Eingriffe auf das Berufsbild des Journalisten, nicht nur die institutionelle Kommunikation, die im Grunde genommen nicht Medienförderung sein sollte, und wenn man es mit der verwechselt ist, ist es von mir aus gesehen schon ein ziemlich bedenkliches Zeichen. Auch, dass man den Portalen vorschreiben will, wie sie die Kommentare und ihre Userregistrierung zu machen, das hat die Medienförderung im Grunde genommen gar nichts zu tun. Auf der anderen Seite, und vielleicht könnte mir der Herr Landeshauptmann ja das danach erklären, wenn er zuhören würde, wäre es ganz interessant zu wissen, warum hier gewisse Sachen nicht drinnen stehen. Zum Beispiel, das ORF erhält 1.462.000 Euro. Von dem, das ist Medienförderung, das steht hier nicht. RMI, ich glaube 700.000 Euro. Keine Spur in diesem Gesetz. Diese Sachen gehörten hier hinein, damit man einen organischen Text zur Medienförderung hat. Ja, reden wir vielleicht von den 20 Millionen der Reihe, okay, das ist mein Abkommen, da kann ich das noch verstehen. Aber bei den anderen Sachen denke ich, dass diese Sachen gehen wir hier ab. Und auf der anderen Seite ist es überladen mit förderungsfremden Artikeln. Der größte Kritikpunkt meinerseits ist der folgende. Uli Mayer hat es angedeutet, dass hier die Regierung, die Regierung Ausdruck einer politischen Mehrheit, die Pistole in der Hand hält. Es kann nicht sein, dass man hier zu viele Kompetenzen überleistet, weil es steht ganz klar drinnen, die Modalitäten und die Kriterien der Medienförderung werden von der Regierung bei Enttürfungsbestimmung beschlossen. Es wird sein, dass Sie davor den Kommunikationsbeirat noch anhören. Aber mit einem Anhören, das wissen wir hier im Landtag, ist hier nichts getan. Mein Ansatz wäre hier jener, dass man dem Kommunikationsbeirat eine deutlich größere Rolle zuspricht. Ein Kommunikationsbeirat, der aber nach ausgewogenen Kriterien besetzt werden muss. Mein Vorschlag wäre, dass man zwei Vertreter der Journalisten oder der Medienhäuser hier einen Platz zugesteht und die anderen vier zur Hälfte vom Landtag ernannt werden, zur Hälfte der Opposition und zur Hälfte von der politischen Mehrheit. So hätten wir einen Kommunikationsbeirat, der sich des Vorwurfs der politischen Beeinflussung erwehren könnte und der hier die Kriterien festlegen könnte, die natürlich letztendlich die Regierung mit Beschluss annehmen muss. Aber wenn sie eine Vorlage bekommt, die für sie bindet ist, dann hätten wir hier eine Kritik, die sicher kommen wird, ist nämlich, dass man die Medienförderung politisch ausnutzen kann, auch nur theoretisch. Diese Kritikpunkte hätten wir hier so entschärft. Also ich glaube, dass hier es noch einigen Bedarf gibt, hier der Regierung ganz einfach nicht zu viel Spielraum in den Durchführungsbestimmungen zu lassen. Andere Sachen hingegen, die besprechen wir dann noch bei der Werte zu den einzelnen Artikeln. Ein Thema ist sicher die Diskussionskultur insgesamt. Hier reden wir natürlich vor allem von den neuen Medien, von den Onlineportalen. Ich glaube, dass das, was hier die Regierung vorhat, erstens nicht nur nicht in ein Medienförderungsgesetz gehört und zweitens auch zur Folge haben wird, dass nicht die Diskussionskultur besser ist, sondern dass erfahrungsgemäß 90% der User einen komplizierten Registrierungsprozess sich nicht auf sich nehmen. Es bleiben also nur mehr jene User übrig, die wir bereits kennen. Das sind die üblichen vier, fünf, die auf den Portalen sich gegenseitig bekriegen. Und das wird dann der Diskussionskultur keinen guten, positiven Beitrag leisten. Ich glaube, dass hier die Portale haben ja schon wie alle Medien eine Sorgfaltspflicht bei der Veröffentlichung der Inhalte. Es gibt Einschläge, Gesetze, Strafgesetze. Es gibt Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Er sagt nebenbei sogar, dass wenn ich die Kommentare sofort lösche, bin ich trotzdem noch haftbar und kann bestraft werden. Schon nur durch die Tatsache, dass sie auch nur eine Sekunde online waren. Ich glaube, dass jene Portale, die es auf sich nehmen, eine Diskussion zuzulassen, das ist ein positiver Beitrag, auf jeden Fall vom Prinzip her. Dass danach die Qualität dieser Beiträge nicht immer so wie gewünscht ist, das können wir mit einem Medienförderungsgesetz schwerlich beeinflussen und ganz sicher nicht können wir es ihnen vorschreiben, wie sie es zu machen haben. Alle Portale heute haben bereits eine gewisse Sorgfalts bei der Verwaltung. Die Kommentare werden ja immer erst offline gespeichert, werden dann freigestaltet. Gewisse Suchbegriffe werden von vornherein schon herausgefiltert. Das machen alle, das machen sie hier viele so auch in der Spiegel. Niemand, auch dem Spiegel wird nicht vorgeschrieben, wie er seine User zu registrieren hat in Deutschland. Er hat sich entschlossen hier für eine normale Registrierung mit E-Mail, ohne SMS-Codes und große Sachen, weil natürlich so das Risiko, das anonyme Kommentar mit nicht veröffentlichtbaren Inhalten, die einem durchgehen und veröffentlicht werden, wird dann natürlich verringert. Aber ich glaube, dass die Portale das hier selbst zu entscheiden haben, ob sie das Risiko und die Mehrarbeit auf sich nehmen, Kommentare zuzulassen, auch anonym oder nicht. Das muss man ihnen überlassen. Ich denke, dass jene Portale, die solche Kommentare stehen lassen, erstens natürlich schon strafbar sind und ein großes Risiko eingehen und dann auch zur Rechenschaft gezogen werden können. Solchen Portalen könnte man durchaus anschließend auch darüber reden, ob sie noch förderwürdig sind. Aber dass man ihnen von vornherein vorschreibt, wie sie sich hier zu verhalten haben, das ist einfach in einem Medienförderungsgesetz fehl am Platz. Den Rest eben, wie gesagt, in der Artikel, die erwartet sind in den einzelnen Artikeln und ein definitives Urteil wird dann heute gegen Abend möglich sein, wenn wir sehen, ob überhaupt einer von den Änderungsanträgen hier von der Mehrheit angenommen wird. Danke, Kollege Kölnsberger. Bitte, Kollege Leitner. Danke, Herr Präsident.